In einem Kilometer im Kreis wird er an den zweiten Ausland verlassen. In 300 Metern den Kreis wird er an der zweiten Ausland verlassen, auf Haffendorf. Den Kreis wird er an der zweiten Ausland verlassen. Gasthof, hier ist was los, Gasthof, Sonntag, alle essen Eis. Eisbeglück wird es hier geben, die Kapfenberg. Damit sind wir da, mit Eis, Salon und Höhe, viel Spaß und schönen Abbau. Zwei Kilometer der Strasse vorhin. Mit einer Passe lang, seit noch, ist auch immer gesagt, dass er führt zum Beispiel in Italien. In Norditalien-Bütz. Zwei Kilometer, bis jetzt... Viergez. Mit Zwiebeln kommt das aufpolende? Ja, es war das... ...tür sich nicht so. Na... Oh, das geklappert, das nervt ja, du hast es aber nicht. Kleinen Kilometer rechts fahren. Da muss ich erstmal mit Hebe Pro. Das geht ja so. Sorry, ich habe eine Idee. Ich war einfach mal die Welt zu groß. Ich glaube, das muss ich mir jetzt sagen, wenn ich mal. Wenn ich mal sowas auf dem Lager. Vielleicht ein zweifaches, wie auch, an die beiden Lager. Oder... Oder... Das klingt, dass die Kleinen war ja. In 300 Metern rechts fahren und der Wiener Straße weiter folgen, Richtung Marie Arzell. Oder da wäre ich, da wäre ich, da wäre ich irgendwie 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 so. Jedenfalls freundlich so. Ich will schon gleich wieder los. Jetzt reicht's fahren. In 300 Metern hat sie ihr Zwischenziel erreicht. Sie haben ihr Zwischenziel erreicht. Ich habe einen Erkunftsdruck. Ich meine, Austria. Und die Orca ist hier. Jetzt links abbiegen. Das ist ein bisschen früher so. Als Stadt ist ein. Genau. Los geht es. Jetzt fahren wir wieder rechts. In 200 Metern rechts abbiegen, Englischmiedgasse. Jetzt rechts abbiegen. Hier muss ich durch. Jetzt treiben wir mal. In 300 Metern am Ende der Straße rechts abbiegen, in die Grazerstraße, dann rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen, dann rechts abbiegen. Und rechts. Jetzt rechts abbiegen. Was ist der nächste? In 300 Metern am Ende der Straße. Jetzt rechts rechts abbiegen. Dann rechts abbiegen. Dann rechts abbiegen. Der PH Bessereiche Sanse Flitzer Flitzer und Grill In 300 m links abbiegen und der Grazer Straße weiter folgen, dann rechts abbiegen. Ich probiere euch mal zuerst mal, als nächstes der Kumpfett. Jetzt links abbiegen. Grille zieht euch ja genau. Jetzt rechts abbiegen. Hallo, how are you? Where do you go? Und ein Füßkopf. Rechte Seite. Und nun geht's los. Ich habe jetzt eine Idee, was kommt. Da ist ein Rock Drill. Hier sind wir gut ausgestattet. Hier alles von der Rock Drill. 3 km der Straße vor hinten. Einmal kurz an. Im Kieperpaus halte ich an. So ein dünner Kieper. Moment. Und zwar ist hier einmal irgendetwas klappt drin. Hallo. Na? Soll er mal leid kommen? So wollen wir weiter. Mal sehen, ob es besser wird. Hier gibt's ja eine ganz schöne Häufung an Food aus fernen Ländern. Was wir in Italien nicht gesehen haben. Was wir in Italien nicht gesehen haben. Da gab's das nicht. Da war noch Pizza. Asta. Und... Pilato. Und in 13 Stunden Fahrt habe ich 14 ausländische Restaurants gesehen. Inklusive Dönerkuchen oder Kieperkuchen. Na, hör auf zu tüppern. Haben wir das? Erstmal nicht weiter. Aha. Aber erstmal. Wir werden mal sehen, wie klarer ist doch. Ja. Ja. WM ist oben an der Boden. Ja. Kurz. Boah, ist das ein Einmal. Ich hab den Wurz. Ja. Ich hab den Wurz. Boah, ist das ein Einmal. Ich hab den Wurz.